Diese Scheinwelt, in der wir Profis leben, das ist nicht real. Das ist nur das, was du in den Medien mitbekommst. Der andere Spritz, das ist real. Das heißt, drückt er ab und dann kommt da auch noch Glück dazu. Dass wir Profisportler im Endeffekt die gleichen Struggles, die gleichen Themen wie jeder andere Mensch hat. Und dass wir uns damit auseinandersetzen und das auch teilen. Das ist der etwas andere Spritz. Hallo, Tomake, Shot, Chili. Was? Man zit, Alter, warum kommst du nicht einfach mit deiner einfachen Sprache um die Ecke? Das ist doch langweilig, Mann. Okay, schieß nochmal los, ich mach meine Augen zu. Hallo, Tomake, Shot, Chili. Hallo, Tomake, Shot, Chili. Ich hab nur Schelle verstanden, Bro. Hallo, Tomake, Shot, Chili. War da ein Aloha dabei? Hawaii-Nish? Nein, Mann. Sag mal, Dicker, ich hab keine Ahnung, noch nie gehört. Das ist Bangla. Bangla? Warst du aus Bangladesch oder was? Ja. Oh, du kleine Überraschungsmaus, du Bangla, ja? Bangla, ja. Ich wollte mal was ganz Neues rausnehmen. Grüß dich, Toni, verzauber mich heute wieder einmal. Oder was war das? Hallo, du kleiner Knabe. Laber gegen Scheiß, Mann. Oh, Bro. Er hat tatsächlich, hallo, du kleiner Knabe, in Bangla übersetzen lassen. Ja. Was ist das für ein Typ, Alter? Das ist jetzt die Sprache. Was bist du denn für ein Unmensch? Quatsch. Dieser Name, also dieser Ausdruck, Knabe, den werde ich nicht mehr los, ne? Von mir nicht. Und die Community hat ihn jetzt auch. Die haben ihn jetzt, ne? Ja. Also ich hoffe, der wird auch irgendwie, wie spritzig, sich so richtig etablieren. Aber bloß auf, Mann. Ich muss erst, ich muss... Bestimmt kriegen die dann so einen Profil, äh, Knabe Toni. Kennst du diese Fan-Profile, weißt du? Ja, normal, Alter, hör auf, Alter. Jetzt haust du das raus und jetzt wird irgendein Verrückter auf unsere Community. Wäre eine sehr geile Sache, wenn da so... Und dann sind nur so Bilder von ihm, wie man ihn so photoshoppt mit so einem kleinen Handtuch. Mann, übertreibt doch jetzt nicht, Alter. Das wird... Ey, bitte. Komm, hört auf. Jungs, Alter. Aber... Ne, ernsthaft, ich weiß so, ich glaube so, ich muss ein bisschen mehr an meinem Bad-Boy-Image arbeiten. Was? Das ist doch da, Alter, Digga. Nein, ich muss mehr Bad-Boy sein, weil die letzte Folge... Was? Also diese ganzen Sachen da, diese mit Knaben und so, ich muss einfach... Oh mein Gott, Digga. Wenn ich durch die Straßen laufe in Hamburg City, Alter, ich muss richtig so präsent sein. Vergiss nicht, das ist meine Stadt und jetzt ist es da. Bro, deine Stadt, Alter. Komm, bist du in Ottensen? Was? In Ottensen, Alter. Bist du unterwegs? Du bist überall unterwegs. Okay. Low-key. Okay. Aber, erst mal, wir sind echt ein bisschen beeindruckt von unserer Community. Wenn man sie schon so nennen möchte, aber ich bin sehr überrascht von dem ganzen Feedback. Es haben echt sehr viele angehört und echt auch viel Positives gesagt und uns Anregungen gegeben und so. Also nochmal großes Dankeschön an das Ganze. Absolut Hammer. Also wirklich, also ich habe das Gefühl, je länger es uns gibt, desto mehr Zuhörer gewinnen wir und das Feedback ist wirklich sehr, sehr positiv. Und ich feiere auch immer so ein bisschen diese Vorschläge, also diese konstruktive Kritik oder diese Ideen, so was man mal besprechen könnte. Finde ich immer ganz geil und ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass der Support so schnell wächst und dass die Leute wirklich Bock auf den Scheiß hier haben, auf den Spritz. Ich habe so viele Jungs geschrieben, so naja, postet mal, postet mal, postet mal, postet mal. Aber während ich das gemacht habe, habe ich gar nicht so, ihr müsst auch nicht hören, spreadet nur die Nachricht, so einen auf den. Aber alle haben es echt, haben richtig Bock drauf gehabt, sich das anzuhören und so. Krass, ne? Das ist auch so interessant, wie unterschiedlich die Menschen was aus diesen Folgen ziehen, ne? Ja, das ist richtig krass, so. Ich habe das Gefühl, jeder hört was anderes. Es ist zwar die gleiche Folge, die sie sich anhören, aber jeder hat irgendwie was anderes rausgefüllt. Was ihnen gefallen hat, so. Ja, Mann, und so Eindrücke, so, ne? Die haben so irgendwie, so, wir wirken auf Menschen komplett anders. Ja. Das finde ich echt spannend, so. Und so, ich möchte auch ein paar Fragen, beziehungsweise eine Frage beantworten, die ich wirklich sehr, sehr oft gestellt bekomme, ab die letzten Wochen. Die will ich einfach jetzt mal hier so beantworten für unsere ganzen SpritzerInnen da draußen. Ja, also, was, auf den Titel sind wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge, wir sind drauf eingegangen. Ich glaube, in der ersten Folge. Ja, kommt so. Aber es wurde nochmal genau explizit nach dem Wort Spritz gefragt. Was ist damit gemeint? Und diese Frage wird euch Sid beantworten. Kleine Überraschung, Bro. Du kannst mich doch nicht immer so ins Wasser schmeißen, weil ursprünglich keinen Namen eh aus deinem Mund. Digga, du kommst mit Bangla um die Ecke und überrascht mich schon wieder mit so einer Hindi-Sprache. Ja. Das war ja der Plan der ganzen Sache. Na gut, dann schieß mal los, erklär mal den Spritz. Es ist einfach so provokant auf so vielen Ebenen, was mir ganz gut gefällt. Jeder kann auf seine Art und Weise was da rein etabezieren. Und es kann sehr in sehr versaute Gewässer gehen und es kann auch in sehr, wie soll man sagen, so, es ist richtig heftig, anders, speziell, so in die Richtung, aber es ist trotzdem neu. Weißt du? Einen neuen Trend reinballern. Also, ganz genau das, ganz genau das ist es, das ist der etwas andere Spritz. Spritz ist für jeden da draußen, wenn du Spritz hast, das, was du, das allererste, was in deinen Kopf schießt, das ist Spritz. Du bist selbstbestimmt. Du darfst selber, du darfst. Er hat die Augen zu, wenn er das hat. Er hat es gerade richtig gefühlt. Bro, ich sag. Richtig gefühlt. Du willst wissen, was Spritz ist, mach die Augen zu, hör es dir an, Spritz. Und das erste, was in deinen Kopf schießt, das ist es. Es ist aber auch so eine Sache, die wir etablieren wollen, so, in der deutschen Gesellschaft, so, in die deutsche Gesellschaft. Wir wollen, so, den Scheiß. So, hast du den Scheiß gesehen? Gib mal den Scheiß da hinten. Oder das Ding da hinten. Oder gib mal das Ding. Oder was ist das für ein Ding? Ersetzt diese Wörter einfach mit Spritz. Was ist das für ein Spritz? Ey, Digga, der Spritz ist heftig. Jemand kommt rein in den Raum so und du denkst dir so, brutales Outfit. Dann sagst du ihm einfach, Bro, du Spritzer, krasser Spritz, den du da anhast, Alter. Ja, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber das wollen wir so in die deutsche Gesellschaft einführen und etablieren, so. Spritz. Das ist gut. Warum nicht? Sehr schmackhaft. Ja, und ich würde auch ganz gerne so eine Nachricht euch vorlesen von einem von unseren Hardcore-Supportern. Ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, aber diese Person, weiblich oder männlich, wird sich sofort angesprochen fühlen. Kenn ich die Person? Kann sein. Okay. Gut. Folgendes. Blablabla. Blablabla. Und bin sehr gespannt auf unterhaltsame Spritzer. Zwei verschiedene Emojis, unter anderem dieses Spritz-Emoji mit den drei Tropfen. Der Name bietet echt reichlich Material für einiges an niveaulosen Wortspielen. Meine Antwort war, ha, 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 ha. Das ist genau, was wir wollen. Das ist genau, was wir wollen. Fand ich geil, die Nachricht. Feier ich. Genau, wir wollen so ein bisschen anregen, ne? Community so ein bisschen geben. Wir wollen einfach rausstechen. Genau, und die soll teilhaben, so, weißt du? Wir wollen wegkommen von, das ist die Linie, die geben wir. So, nein, wir haben eine Linie, das ist nur ein Richtwert. Geht in die Richtung, die ihr gehen wollt. Filtert das raus, was ihr rausfiltern wollt. Das ist da etwas anderes, Spritzmann. Vor allem was. Für jeden. Okay, das reicht dann auch. Das reicht, ne? Aber ne, geile Community, ich hoffe, ihr seid weiterhin hinter uns. Wachst, gedeiht. Ganz genau. Teilt. Gebt das weiter. Und jetzt lasst uns direkt weitergehen in Richtung Sid, Marlon, Teis. Wie geht's dir heute? Gut. Gut. Wirklich gut. Ich bin, ich habe letztens so ein bisschen reflektiert. So ein bisschen zurückgedacht. Ich versuche ein bisschen, Dankbarkeit zu trainieren. Dankbarkeit zu trainieren. Ja. Das fällt mir manchmal schwer. Weil man, weil ich immer noch zu sehr manchmal so nach oben und links und rechts gucke, statt so ein bisschen bei mir zu bleiben. Und habe so ein bisschen auf meine Karriere und so zurückgedacht. Und meinte, was war nice, was ich alles schon so erlebt habe. Und musste total an meine Anfänge so denken, wo das sich so alles entwickelt hat. Diese Schritte dann als Internat und so. Wo das dann alles so konkreter wurde, weißt du? Lass uns doch mal ein bisschen zurückschrauben. Was war denn dein, du bist geboren in Hamburg, was war dein erster Profi-Stop? Profiverein. Richtig Profi? Mit Bundesliga-Profi? Nee, so Richtung so raus aus Hamburg und ich möchte so eine professionelle Karriere anstreben. An sich war das mit 16 der Schritt nach Ursprung, auf die Ursprungsschule in der Schwäbischen Alb. Wo das sozusagen, wo der erste Schritt war, okay, ich will jetzt, um den nächsten Schritt zu gehen, Schule und Leistungssport verbinden. Ich glaube, das ist so die Entscheidung, die man trifft in einem bestimmten Alter in Deutschland. In welche Richtung das geht. Zumindest war das zu meiner Zeit so. Ich glaube, jetzt fängt das alles schon viel früher an. Auch mit der JBL und so. Aber zu meiner Zeit war so, glaube ich, das so das Fenster, wo das so anfing. Bei den normalen Leuten, die so ein bisschen talentierter waren. Vor allem jetzt als Hamburger. In Hamburg gab es nichts, um wirklich da in irgendwelche Profimannschaften in der Jugend einzusteigen. Wie jetzt zum Beispiel in Berlin oder so. Also das heißt, das war eigentlich schon notwendig, wenn ich wirklich diesen Karriere-Schritt gehen wollte. Und deshalb habe ich mich damals dann auch dafür entschieden, weil die Angebote da waren. Einmal aus Ursprung und einmal aus Frankenhexer. Das war da bei Bamberg in der Nähe. Und dann bin ich den Schritt gegangen. Die Urspringschule, die war damals gefürchtet, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte das Gefühl, ihr habt Nationalspieler wie am Fließband kreiert, produziert. Man wusste immer, okay, also wir haben nie, ich kam ja aus dem Norden, ich bin ja mit 16 nach Bremenhaven gezogen. Wir haben es nie so weit geschafft, dass wir dann gegen den Süden im Finale oder im Halbfinale standen. Wir waren ein etwas kleinerer Standortverein. Aber man hat halt immer so geschaut und verglichen. Und ihr wart gefühlt immer in den Top 2, 3 vertreten. Immer? Also im Süden war mir, glaube ich, immer eins. Und, wie gesagt, ich bin nach Ursprung gegangen, wo das Resümee schon war, so, okay, Deutscher Meister, Deutscher Meister, Deutscher Meister, Top-Spieler. Also es gibt nichts Besseres im Jugendbereich momentan. Ich habe so viele Geschichten von dieser Schule, von diesem Internat gehört. Ich war selber noch nie da, aber wirklich geisteskranke Geschichten gehört. Erzähl mal so, wie kann man sich die Urspringschule vorstellen? Also man muss sich so vorstellen, Hamburg, acht Stunden Zufahrt in den tiefen Süden von Deutschland. Ulm war die nächstgrößte Stadt, ich glaube so mit, ich will nicht lügen, aber so, ich sage 150.000 bis 200.000 Einwohner. Und das ist so auf der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Und dann fährst du von Ulm sozusagen nochmal eine halbe Stunde in die Schwäbische Alb so ein bisschen nach Schäkling. Und dann in Schäkling steigst du aus und fährst nochmal mit dem Auto so zehn Minuten in so eine Bergkuhle. Und da ist dann so ein Kloster. Und dieses Kloster ist das Internat gewesen. Oder ist es immer noch? Du hast die Fahrt in die Ursprungsschule gerade so beschrieben wie die Fahrt in die Hogwarts-Schule. Ich glaube, damals wurden auch diese Vergleiche manchmal gezogen. Echt, ja? Also man kann das mal googeln, die Ursprungsschule, dann hat man vielleicht mal so ein bildliches Eindruck davon. Also es ist wirklich auch wunderschön, also wirklich so eine Kloster-Schule. Und es hat einfach was. Aber du bist halt, du landest halt, jetzt in meinem Gedankending, aus einer Großstadt ins Nirgendwo sozusagen. Und da bist du auf einmal mit so 20 anderen Basketball-Talenten und ackerst den ganzen Tag sozusagen für das gleiche Ziel. Und gehst halt noch zur Schule 24-7 zusammen. Lebst zusammen. Trainierst zusammen. Isst zusammen. Erlebst Sachen zusammen. Und andersrum ist es ja auch so eine sehr prägende Zeit, so 16 bis 20, 19. Da passiert einfach auch sowieso viel mit der Pubertät und sowas. Das heißt, das ist einfach eine sehr intensive Zeit gewesen, die derbe viel in meinem Leben halt geprägt hat. Sehr, sehr geprägt hat. Ich hatte immer das Gefühl, als junger Spieler, der irgendwie eine professionelle Karriere anstrebt. Es ist immer sehr wichtig, dass du in einem Standort bist, wo du in der U14 spielst, musst du eine U16 haben, die gut ist. Wenn du in der U16 bist, musst du eine U18 haben. Du brauchst immer so eine Mannschaft, die dann wirklich, wo man hingeht, in die Halle geht und sich denkt, ich will auch da sein. Da will ich auch spielen. Und wenn du dann in der U18 oder U19 bist, brauchst du eine Pro B, eine Pro A, eine zweite oder eine dritte Liga, damit du dir das abschauen kannst. Und du sagst, ey, da wo die Jungs sind, I need that. Ich werde jetzt so hart arbeiten, dass du wirklich jeden Tag quasi gefühlt etwas vorgelebt bekommst, wo du irgendwann mal hin willst. Ja, das ist ganz wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ja der Punkt, wo Träume entstehen, weißt du. So habe ich das immer verspürt. Und da in Hamburg war ich so früh schon durch meine Größe in diesem Pool talentiert. Ich habe mich nie so wirklich talentiert gehalten, aber ich wusste halt, ich bin groß und das hat gereicht in Deutschland. Und dann wirst du halt zu so vielen Sachen, hier mach mal noch das Training, mach mal das Training, mach mal das Training, mach auch noch mal bei der Mannschaft mit. Das heißt, ich habe, glaube ich, bevor ich nach U-Springen gegangen bin, ich glaube, ich habe in vier, fünf Mannschaften trainiert und gespielt. Also ich war eigentlich Schule vorbei und ab in die Bahn und durch ganz Hamburg gefahren. Wedel U20 trainiert, Ottensen U18, dann noch U16. Dann noch Da-Auswaltraining, dann noch MBBL-Vorbereitungszeug, so obwohl ich nicht da hingegangen wäre, wollten die natürlich, dass ich da noch mittrainiere ein bisschen. Ich wollte mich fit halten und so. Also das Angebot war riesig und dann in so einer Stadt wie Hamburg, das ist sehr schwer, das dann mit Schule zu verbinden, weil du eigentlich nur von A nach B den ganzen Tag fährst. Weil du, das in Hamburg, hattest du zwar dann schon die Anfänge von einer Sportschule, aber das war nicht zu vergleichen mit einem Internat oder so. Und dann hast du das Höchste bei 1. Regionalliga. Ich hatte genau davon, wo du gesprochen hast, so eine Mannschaft, wo du hochguckst, so da will ich hin, gab es einfach nicht. Aber wie viel Zeit du auch diesen großen Stilten verlierst mit Travel. Du fährst mit der Bahn hin und her, selbst mit dem Auto, ist dir ganz egal. Diese Strecken sind so scheiße lang, du kommst gar nicht hinterher. Also seit ich 13 bin, saß ich tagtäglich mindestens eineinhalb Stunden bis zwei, sagen wir eineinhalb insgesamt. Und genau den Scheiß hast du in so einem kleinen Standort nicht, wo du einfach nur... Digga, ich habe in der Halle fast gewohnt, weißt du. Aber zur damaligen Zeit war ja Hamburg, die hatten gar nichts, du hast gar keine Mannschaft, wo du hochguckst. Das ist die erste Regionalliga, Bro. Wo hast du denn deine ersten Eindrücke gesammelt, wo du gesagt hast, fuck, Alter, ich will das. Was richtig strange ist, das ist mir eben eingefallen, es gab den Pokalfinale, wurde in Hamburg ausgerichtet. Und das war in der Kollerlein Arena damals. Und es war, glaube ich, Alba Berlin, Bamberg, Artland und noch nochmal Olden, weiß ich nicht mehr. Und ich war, glaube ich, zwölf, sagen wir 13, 14 und die Auswahl hat halt Tickets dafür bekommen. Und dann war ich da und habe das erste Mal Profi-Bastelball gesehen. Und das war schon heftig, vor allem Alba hatte da noch Julius Jenkins, McIlroy, ich glaube auch Derek Ayn zu der Zeit. Heftige Mannschaft. Heftige Mannschaft, nur Legenden. Und wenn ich jetzt halt auf meine Karriere, ich habe halt mit ein, drei dann auch noch zusammengespielt. Was ich dann zurückblickend irgendwie derbe krass finde, dass das so der erste Eindruck war mit Profisport. Und ich damals da vielleicht mal von geträumt habe. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich mäßig in zehn Jahren einfach mit denen zusammenspiele. Krasse Geschichte, Mann. Das ist heftig. Das waren so meine ersten Eindrücke. Und dann bin ich nach Urspringen und ich weiß zum Beispiel, da gab es dann eine Probiermannschaft, wo ich noch nicht trainieren konnte, weil ich nicht gut genug war zu dem Zeitpunkt. Ich saß jeden Abend, wenn die bei uns in dem Internat trainiert haben, saß ich mal in der Tribüne und habe einfach, ich habe geliebt, denen zuzugucken. Ich habe das aufgesaugt die ganze Zeit. Ich fand das so faszinierend. Ich fand die so krass alle. Stellt euch vor, ein kleiner 16-, 17-jähriger Sid, der da oben in der Halle sitzt, auf einer Bank und den 19-, 20-jährigen Jungs beim Basketball zuguckt und sich denkt, eines Tages möchte ich da auch sein. Dieses Erlebnis hatte ich auch. Das war aber ein bisschen früher. Aber wo war das bei dir in Berlin? Weil da war ja viel mehr präsent sozusagen. Ja, also Berlin ist... Das ist ja eine Hochburg. Ja, wir haben viele Vereine. Wir haben sehr, sehr gute Spieler, gute Trainer. Ja, also ich habe angefangen, wie alt war ich, 10 oder 11, habe ich angefangen, im Verein zu spielen. In so einem kleinen Zehlendorfer Verein. Das ist mein Heimatbezirk, Zehlendorf. Ganz kleiner Verein, BGZ heißt der. Geile Trainerin, Renate Zetzlaff. Super, super gute Trainerin, wirklich. Die war klein, die war wirklich super, so kurz, so fast kleinwüchsig schon. Ja, die war gefühlt 1,50, hatte Schulgröße 32. Aber wenn die angefangen hat zu schreien, Bro, sie hatte ein Organ, das kannst du gar nicht, das würde man nicht glauben. Bei der war das wirklich so, Digga, wenn sie was gesagt hat, dann hast du das gemacht, ohne irgendwas zu hinterfragen. Die hatte eine... Also wie kann eine so kleine Person so eine autoritäre Aufstrahlung haben? Das war Wahnsinn, ja? Ja, dann bin ich so die Jugendmannschaften durchlaufen, bin dann irgendwann zum Alba Berlin, zum Farmteam gewechselt und dann mit 16 nach Bremerhaven gewechselt, aufs Internat. Man kann es nicht wirklich Internat nennen, ich bin da damals mit meinem Bruder dort hingezogen. Es war eher ein Standort, der probiert hat, etwas Professionelles aufzubauen. Aber was hat euch dazu verleitet, da hinzugehen? Weil Berlin hätte dir doch total eine gute Base gegeben, oder nicht? Ja, Berlin war auch super interessant, also Alba hatte eine geile U19-Mannschaft und da hatte ich auch schon mittrainiert, aber... Du wolltest der Babo sein, ne? Ja, nicht unbedingt Babo so, ich dachte, du kennst mich doch, ich wäre ja auch der Babo in Berlin gewesen, so, ne? Aber nein, ich wollte... Ist das so, ja? Ja, safe. Ich wollte einfach raus, ich wollte raus, weil ich gemerkt habe so, ich habe es oft nicht pünktlich ins Training geschafft, manchmal bin ich gar nicht erschienen, dann hatten wir Spieler am Wochenende, ich war nicht da. Du brauchst mehr Disziplin, es ist eher so ein anderes Umfeld sozusagen. Ja, es war gar nicht Disziplin, ich war einfach in den Straßen und habe irgendwas gemacht, man, so. Es war einfach so, ah, lieber da raus, weil Berlin, weißt du, ich habe es dir schon mal gesagt, Berlin ist für mich eine geile Stadt, keine Frage, meine Familie ist dort, ich bin auch gerne in Berlin, aber drei, vier Tage reichen. Die Stadt schlaucht so extrem, wenn du einmal da drin bist, so, es reicht, es zieht die Energie aus einem raus, so. Viele Leute, die dorthin ziehen, nach Berlin, die gehen dorthin, weil es so gefühlt die Stadt der Möglichkeiten ist, aber wenn du dir jetzt, wenn du dir diese Menschen anguckst und schaust, vor fünf, sechs, sieben Jahren sind sie dorthin gezogen und fünf, sechs, sieben Jahre später, Entwicklung hat nicht wirklich viel stattgefunden, so. Also, man stagniert wirklich schnell in Berlin, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, anderen Shit zu tun und nicht jeder ist da diszipliniert genug, um da dann auf dem richtigen Weg zu bleiben, ja. Aber bin dann nach Primahaven gezogen, wie gesagt, aufs Sportinternat, was eigentlich eher einfach eine Wohnung war, gegenüber von der Schule, wir hatten so ein Alibi-Betreuer-mäßig, der dann einmal im Monat vorbeigeschaut hat, aber es war geil für uns, Mann. Wir sind hingezogen, wir hatten unsere eigene Bude, wir haben uns gefühlt wie King Babbo, Alter. So, die Welt gehört uns, so. Eigene Wohnung, so. Du bist 16, mein Bruder war 18. Alles war geregelt. Es war so, die mal reinschnuppern in so einen Profi-Lifestyle, so, die haben sich um alles gekümmert, man hatte Taschengeld. Es war alles geregelt, so. Es war schon geil, so, ne. Keine Frage, aber das erste Mal, dass ich wirklich so professionell was gesehen habe, das war die Auswahl in Berlin. Wir hatten damals in der Mark-Schwilling-Halle in einer Seitenhalle trainiert und die Albe, also die Profi-Mannschaft, die erste Bundesliga-Mannschaft, hat dann in der Mark-Schwilling-Halle gespielt. Schön alle. Ja, Wahnsinn, wirklich. Und wir hatten dann nach dem Ausfahltraining mal Karten bekommen und, ja, und dann sind wir zum Spiel gegangen und mein erstes Spiel war, glaube ich, Berlin. Alba Berlin gegen Telekom Basketball. Heftige Atmosphäre. Bro, heftige Atmosphäre. Also, wenn ich ausverkauft war, rappelvoll, ja. Komplett, also, laut, Stimmung, geiles, also geile Fans, geiles Spiel. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und habe mir gesagt, so, ey, da werde ich safe spielen. I want that. I need that. So, den Shit nehme ich mir, so. Aber ein Spiel hat dann auch gereicht, so, weißt du, weil wir hatten zwar irgendwie jedes Wochenende, wenn ein Heimspiel war, haben wir diese Karten bekommen, so nach dem Training. Die haben das Training immer so gelegt, dass wir vor denen trainiert haben und habe dann die Karten weiter eingesteckt, so natürlich. Bin dann einfach rausgegangen vor die Tür und habe dann angefangen, so gesagt, so vor dem Eingang habe ich dann angefangen zu rufen, zwei Karten, zwei Karten, 15, 20 Euro, 15, 20. Bro, ich habe die Karten, diese Freikarten, einen Verkauf für einen Zehner, Alter, oder für einen Zwanni, ich kann mich genau erinnern. Digga, einem hat gereicht, war ein geiles Erlebnis, aber der Hunger, schnelles Geld zu machen und diese Batzen in meiner Tasche, weil du weißt, du bist 13 Jahre alt, ja. Du gehst da raus, du flippst die Karten, Alter, und steckst die 20, 40 Euro in die Tasche und denkst dir so, boah, Digga, was war das für ein Abend, Alter, jetzt gehe ich erstmal direkt zu Maccas, Alter, und mir McChicken, Alter, und 20, 20-piece Nuggets, Alter, fahre dann mit der S-Bahn zurück nach Zählenhof, Alter, mit den Taschenrappeln voll, mit den 15, 20 Euro noch übrig bleiben. Digga, das war meine Erfahrung, meine erste Basketballerfahrung, so. Also war schon geil, Alter. Ja, und das war natürlich auch ein Grund, warum ich beim Kader, warum ich dem Kader treu geblieben bin, ne. Die Freikarten für die Eidelsspiele, die dann im Nachhinein verkauft wurden. Keine Ahnung, wo das herkommt, Bro, aber es liegt irgendwie im Blut, man, dieses. Das ist von zu Hause, Digga. Ja, dieses, dieses, dieses schnelle Geld, so. Wie komme ich an Situationen, Digga? Nein, und wie ging das dann in Bremerhaven weiter? So, weil, ich weiß, wie gesagt, weil ich in Ursprüngen hatte ja nicht, diesen Bezug zur ersten Liga. Es war ja richtig dieses, wir bilden aus, damit dann irgendwann du als so ein richtig erfahrungswerter Spieler den Schritt machen kannst. Also Ralf hat explizit immer versucht, hohe Mannschaften zu haben, wo man versucht, eventuell gar keine Ausländer zu haben, sondern eigentlich nur mit jungen Spielern, die talentiert sind, den Vertrauen und Spielzeit zu geben, auf hohem Niveau. So, das war der Grundgedanke des ganzen Konzepts. Und deshalb war meistens, also, damals noch Pro B, dann sind sie aufgeschrieben in die Pro A, also von sozusagen der Dritten in die Zweite Liga und dann sozusagen immer Zweite Liga, wieder Dritte, Zweite, aber mit dem Gedanken so, okay, wir versuchen im Endeffekt, diese Mannschaften so gut aufzubauen, dass wir den jungen Spielern hier ganz viel Verantwortung geben können, damit sie auf einem sehr guten Niveau Verantwortung übernehmen können und sehr viel lernen können und dann von da aus die nächsten Schritte zu gehen. Also, geiles Konzept, safe auf jeden Fall, ein sehr, sehr geiles Konzept und das gab es ja damals in Deutschland gar nicht, also er war da schon irgendwie der Vorreiter. Da war er auf jeden Fall der Vorreiter. Und bei uns war das anders. Wir waren ein kleiner Bundesligist, haben dann quasi, damals waren wir echt gut, also damals waren die Bremerhavener echt gut, haben um die Playoffs gespielt, aber trotzdem ein kleines Budget gehabt und der Sprung in die Profimannschaft war sehr einfach, weil das Eigengewächs einfach nicht vorhanden war. Du warst so der erste richtige Import, also aus einer anderen Seite, so Recruit-mäßig. Ja, so fast einer mit der ersten. Daher war halt eigentlich der Weg in die Profimannschaft schon gegeben, weil sie auch einfach Eigengewächs nichts hatten. Es war auch cool, war gar nicht zu vergleichen mit irgendwie der Situation in Berlin bei Alba, aber es war cool, weil du hast Profimannschaften gehabt und du hast dir das angeschaut und du hast halt die Top-Mannschaften dann auch gesehen und konntest direkt dir was abgucken, was ich sehr spannend fand. Ja, und als junger deutscher Spieler hast du so die Möglichkeit, so nach dem Abi, was machst du jetzt? Signst du einen Deal in der Bundesliga oder in der Pro A und machst du den ersten Schritt so ein Profi-Dasein in Deutschland oder wagst du diesen Sprung über den Teich nach Amerika und gehst aufs College? Und wenn ich das jetzt so zurückblickend betrachte, war das so eine Entscheidung, die ich bis heute noch sehr bereue. Weil du, wenn du nach Amerika gehst, du hast die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen. Unbezahlbar. Also unfassbare Erfahrung, du hast die Chance, von richtig guten Coaches was zu lernen, du hast wirklich super Top-Competition, die Beste, die du haben kannst in dem Alter und hast dann gleichzeitig noch die Chance, dann noch zu studieren und dir nochmal einen Bachelor in die Tasche zu stecken. Je nachdem, wie smart du bist, kannst du nochmal einen Master mitnehmen. Ja, aber ich hab dann gesagt, du kennst mich ja, ich greife zu, schnelle Geld, ich zahle mal jetzt meinen Profi-Deal, der mir da auch relativ, damals, 18-jähriger Junge, habe ich dann 2.500 Euro oder sowas, netto geboten bekommen, sie haben meinen Führerschein bezahlt, dann irgendwie so, also ich kann nicht genau sagen, was für Summen da waren, aber es war auf jeden Fall so geil, ich komme aus Berlin, hatte nie was in den Taschen, außer diese Kohle, die ich da verdient habe, vor der Alba-Halle, hab dann einfach so Batzen in der Tasche auf einmal, war richtig geil, scheiße, College oder verdienst du kein Geld? Komm, fängst du an. Im Nachhinein war das vielleicht eine Fehlentscheidung, weil du einfach die Möglichkeit, wenn du nach Amerika gehst, hast du die Möglichkeit zu studieren und wenn du keinen Bock hast oder merkst, es ist nichts für dich, kannst du immer zurückkommen. Aber wenn du diesen Profi-Vertrag unterschreibst, kannst du nicht mehr aufs College gehen, weil du nur als Amateur in dieser in dieser NCAA nennt sich das, die Liga. Du musst so ratcheted werden und so faxen, dann wird es alles komplexer. Genau, und früher durftest du ja gar nichts machen. Also wenn du so weit Geld verdienst hast. Mittlerweile ist es ja ein bisschen lockerer geworden, aber früher war das, ich weiß, ursprünglich hatte er auch das Konzept, also hatte er auch die Connection, dass man auch halt entweder kommst du dann in die Bundesliga oder machst die nächsten Schritte oder du gehst halt ans College. und da war auch immer dieses Farmteam, aber leider ist es Pro B und so, ist ja alles schon Profi-Basketball. Also ist es ja auch, aber aus Amerikanisch das ist sowieso schon. Und dann war es immer so, okay, ihr spielt da, aber unterschreibt keine Verträge. Das heißt, im Endeffekt habt ihr noch nie Profi-Basketball gespielt, so, damit man diese Hürde umgehen kann. Aber teilweise haben sie dann das trotzdem nicht anerkannt und so und dann. Ja, früher war das extrem streng, jetzt ist das alles ein bisschen lockerer. Aber das war, das ist so die, das sind so die zwei Möglichkeiten, die du als junger Spieler hast, wenn du den nächsten Schritt gehen willst und ich habe jetzt auch immer wieder diese Gespräche mit meinem Bruder, wir haben vor vier, fünf Jahren diese Spielervermarktungsagentur gegründet und sind jetzt irgendwie schon bei 40 Spielern, die wir vertreten. Und da ist das immer so, ich spreche immer aus der Erfahrung des Spielers und sage dann so, ey, wenn du die Möglichkeit hast, geh aufs College. Geh ans College und nimm diese Erfahrung mit, die kann dir danach niemand nehmen. Aber das ist vielleicht nicht immer der richtige Schritt für diesen jungen Profi. Manche wollen das nicht oder trauen sich das nicht zu. Deswegen ist mein Bruder da immer ein bisschen der realistische Typ und sagt so, ey, ich gehe lieber auf die Persönlichkeiten ein und schaue, was will er wirklich und ist er dazu überhaupt in der Lage. Aber ich kann wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist so eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr bereue. Also wenn du die Möglichkeiten hast, probier es aus. Geh aufs College und tob dich da aus. Lern neue Menschen kennen. Hab eine gute Zeit. Hab eine gute Zeit sozusagen nicht so fördert, wie ich mir das gewünscht hätte zu dem Zeitpunkt. Und jetzt aber zurückblickend sehe ich das eigentlich auch so, dass es, dass man eigentlich kaum Risiken eingeht. Aber wenn du aus College gehst und zurückkommst mit Kusshand. Ja, auf jeden Fall. Du weißt doch, wie das ist. Mit Kusshand. Aber wie war das dann für dich mit so Jungs schon in dieser Profimannschaft? Was hat das für Einflüsse auf dich genommen? Ich meine, du hast dich jetzt dafür entschieden, ist das viel Geld, bist aber eigentlich immer noch mäßig 18, also noch nicht so alt. Was hat das für dich für Einflüsse genommen, jetzt in diesem Profikader zu sein, mit diesem ja, in dem Profibeschäft sozusagen angekommen zu sein? Da muss man auch wieder differenzieren. Sorry, aber du hast auch nur Bundesliga dann. Oder hast du auch noch in der zweiten Mannschaft oder sowas gemacht? Ich habe Bundesliga und dann habe ich noch in der zweiten Liga noch ein bisschen ausgeholfen. Wo da? Cuxhaven. Das war so ein Kooperationspartner. Aber nicht lange, oder? Ne, ein paar Spiele habe ich da mitgemacht. Also man musste auch ein bisschen das Ganze differenzieren. Wir waren in Primahaven, da gibt es nichts anderes. Da gibt es nur Basketball. Dann gibt es noch Eishockey so und damals war Basketball so der Shit so. Basketball war so der Spritz so. Und ja, da war es ganz klar so, die Basketballer sind so die Coolen der Stadt. Das heißt, das, was mir vorgelebt wurde von diesen Profis, war so mindblowing. So, was, Alter? Die sind rumgelaufen, als ob die in die Stadt gehört. Also erst mal das. Und dann, also, egal wo es war, also, wie man sich verhält hat. Wenn die in den Clubs gehen, die waren die gefragtesten Typen. Du bist dann da mit deinen zarten 18, guckst, dann hast du deine Mitspieler, die sind alle irgendwie Ende 20, Anfang 30, toben sich da aus und leben dir was vor und zeigen dir so, ey, das ist das coole Ding. so, gegen den Club, pop-buddels und feier dich hart und je mehr Frauen, desto cooler bist du so und du bist dann da und schaust dir das ab, so als kleiner Junge so, ne, und denkst so, ey, du nimmst das ja auch nur auf, Ticker, du siehst nur, wie sie geiern und alles, also, du kannst es gar nicht reflektieren, du nimmst es ja nur so auf und sagst, I want this. Ganz genau und du siehst das und denkst so, ey, die Ballen, die sind krasse Spieler, du arbeitest hart an ein Game, damit du auch da ankommst, dann siehst du, wie diese gleichen Spieler sich, wie sie sich draußen verhalten und denkst so, das ist Normalität. Das gehört halt dazu so. Ja man, ich will das auch, ich will auch cool und ich will auch der Shit sein so, weißt du? Und, ja, im Nachhinein merkst du, wenn du älter wirst so, ey, Digga, diesen Lifestyle, die sie da leben. Man hinterfragt das halt ein bisschen besser. Kannst du nicht ernst nehmen? Das ist nicht, das ist nicht das Wahre, Bro. Ich fand das so krass, dass dieses, äh, und das ist ja auch, das kann jetzt jeder interpretieren, wie er möchte und das ist jetzt auch nur meine Perspektive, aber dieses, du kommst dann so als Unschuldiger, Junge mäßig, das erste Mal weg von zu Hause, kommst dann in dieses Gefüge, wo du dir auch überlegen musst, du gehst in so ein Internat und du bist, so, da waren auch noch andere Schüler, aber hauptsächlich dann auch in vielen Wochenenden, wo die anderen Schüler nicht da waren. Digga, du bist nur mit pappertierenden Jungs zusammen, weißt du, so, Digga, das ist, Egos aufeinander und in dem Alter dreht es sich ja noch mehr, da werden Frauen auf einmal richtig interessant und so und du kommst halt in so ein Umfeld, wo dir halt auch so was vorgelebt wird und du willst ja in diesem Kreis ja auch dazugehören, du willst da reingehören und du siehst, wie sie reden, wie sie leben und nimmst das so an, okay, das ist, was ich mitkriege und das ist, was ich jetzt, das gehört dazu, ich muss auch so sein. und dann nimmst du das einfach an und fängst es überhaupt nicht zu hinterfragen an und erst später merkst du vielleicht, vielleicht wäre das gar nichts für mich gewesen, aber irgendwie hast du das schon so krass angenommen und bist dann in so ein Züchlein mit dir geraten. Bei mir jetzt halt vor allem dieses Frauenthema so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, Basketballer müssen viele Frauen haben und eigentlich keine Freunde so ein auf denen. Es gab immer die, die eine Freundin hatten, aber die waren lowkey eigentlich immer so ein bisschen alles klar, Sebastian. Nein, ich will das nicht auf den Namen beziehen, aber so einfach so. Oh, ruck dich, Michael. Das waren immer so diese, okay, alles klar, der will eh, der macht eh sein eigenes Ding ein auf denen. Ach, wie krank, oder? Dass diese Typen, die so eigentlich das Richtige machen. die einfach das schon voll verstanden haben. Digga, die werden so dargestellt, als ob die so, du bist voller Spaß und voller lame, voll langweilig. Du hast dich verstanden, Digga, so. Das ist einfach krank, Mann. Und man will halt irgendwie dazugehören und dann, ja, Digga, merkst du richtig, dass du auch diese Interaktion mit Frauen in dem jungen Alter so gar nicht förderst, weil du die ganze Zeit auch so, und ich würde jetzt sagen, das ist Peerpressure beim Ende des Tages, das ist ja auch irgendwo jedem selbst überlassen, aber du merkst ja auch, Digga, einer hat jetzt wieder eine neue geknallt, einen auf den, und dann alle so, oh shit, da wird hart gefeiert und so. Das ist halt so Thema Nummer eins. Und Digga, im Internat war auch echt so, die Frauen sind da einfach von der ganzen Umgebung sind da angekommen, haben sich das geholt, was sie wollten, sind wieder reingehauen. Also du hast auch nur gesehen, wie sie gekommen sind und wie sie gegangen sind. Und ich will das jetzt gar nicht so verurteilen, so, weil das gehörte dazu, aber jetzt, wenn ich später zurückgucke, denke ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, so, aber in dem Alter nimmst du das halt sofort ein, weil du das sofort, das ist Basketball, das sind die Basketballer, ich bin Basketballer, also das bin ich. So einfach war die Rechnung, also wo sind die Frauen, wo ist die Oberflächlichkeit, wo ist das, rein, raus und weiter geht's. Ja, das ist schon, es ist erschreckend, aber wenn du so ein junger Bub bist, schaust du nach oben und guckst dir das ab. Safe. Du guckst dir das ab und denkst, du reflektierst das ja nicht. Nein, du willst einfach dazugehören, man. Weißt du, du schaust dir das genau, du guckst dir an und denkst dir, ey, das sind die Leute, die sind da, wo ich sein will, was machen sie? Und da schaust du dir ab. 100% und dann sitzt du 10 Jahre später hier und denkst dir, Digga, was ist da, was habe ich mir denn da dabei gedacht, Alter? Und wie gesagt, ich will das, ich will das gar nicht verurteilen, so, weil, das muss, das muss jedem das sein, es muss ja so, nur es ist, finde ich, sehr schwer in dem Alter dann auch zu sagen, weil jetzt so zurückblicken würde ich sagen, ich bin einfach auch eigentlich nicht so ein Typ dafür, aber ich habe das so angenommen und gedacht, das gehört halt dazu, das muss ich annehmen, dass ich gar nicht wusste, Digga, was eigentlich richtig oder falsch für mich ist, weil natürlich dann auch dieses Peer Pressure und so alles dazukommen. Was haben denn denn die Mitspieler zu dir gesagt, wenn du einen auf diesen Sebastian gemacht hättest? Das Ding ist, wenn du nichts zu erzählen hattest, warst du dann auch immer so, oh, der schüchterne kleine junge Sit, Digga, der braucht einfach noch so ein bisschen oder was auch immer, weißt du, so der ist noch nicht so weit und so alles gut oder und das fühlt sich halt auch nicht cool an, du willst halt, du willst auch eine coole Geschichte erzählen, du willst halt einfach auch im Kreis so, Digga, ich habe letztens Chantal, war richtig nice und so. Digga, teilweise habe ich auch nur so, wie der Tag, habe ich einfach Sachen mir ausgedacht, damit ich nichts zu erzählen hatte. Geil, Leute, Digga, weißt du, genau das ist die Definition von Peer Pressure. Also es war ja nicht so, dass ich dafür mäßig gehauen wurde oder so, es war ja nicht so, aber dann warst du halt einfach lame, so weißt du, du warst halt einfach uninteressant. Wenn du nichts zu erzählen hast oder der uncoole Typ ist, dann wirst du direkt in eine Schublade gesteckt, so, der ist noch nicht so weit, der ist uncool, scheiß mal drauf. Lass uns den gar nicht jetzt einbeziehen. Und dann sitzt du da und findest irgendwelche Geschichten, so, das Kranke ist, dein natürliches Ich, wenn du diese außen, diese falschen Einflüsse, die du bekommen hast, rauslässt und rausfilterst, das ist genau richtig. Da bist du genau richtig. Du strebst nach einer Beziehung, einer Frau und das reicht dir. Du bist glücklich. Du willst mit ihr alt werden, Familie gründen und so ein Happy End haben. Und ich rede nicht von dem Happy End, in der Thai-Massage. Nein, aber das ist einfach so, wo ich mir denke, das ist es so, du willst einfach Familie gründen und glücklich sein. Aber die Menschen, die damals die coolen waren und sagen so, oh, ich will einfach Chicks aufreißen und jedes Wochenende eine neue, Bro, du bist verloren. Du denkst jetzt aktuell, du bist cool und du bist ein krasser Aufreißer. Nein, Bro, du hast eine falsche Wahrnehmung von der Welt. Das sind nur Belüste, die du hast, um dein Ego jetzt aktuell zu bestätigen. Das ist aber nicht die wahre Welt. Das meine ich mir auch jetzt vorsichtig zu sagen, so das, was die gemacht haben, war falsch. So würde ich das gar nicht beurteilen. Die haben es ja im Endeffekt, die sind ja auch nur das, was ich sozusagen auch durchgemacht habe. Und manche sind da ja auch voll reingerutscht, so. Weil natürlich weiß ich zum Beispiel, und das klingt abgefahren, aber die Basketballer sind halt auch immer ganz anders auf Frauen angekommen, also ganz anders angekommen. Also viele meiner Jungs damals waren dann auch einmal, die mussten nicht mal viel dafür tun, dass die Frauen sich sozusagen auch so angeboten haben. Das heißt, man kann ihnen ja dann auch gar nicht mehr sozusagen vorwerfen, so Digga, Bro, was machst du da? Digga, er hat dann einfach so, okay, dann komm halt. Okay, du kannst auch noch kommen. Ja, Digga, okay, komm ja auch einfach. Und dann auf einmal, wenn du so lebst, glaube ich, und dann noch siehst, wie das mit anderen, dann merkst du auf einmal, die, die, diese Frau ist jetzt eigentlich auch noch zu meinen zwei anderen Teammates letztens gegangen. Das heißt, auf einmal entwickelst du ja auch unterschwellig so ein Bild, so Digga, will ich mit diesen Frauen über, so eigentlich, ja, also du, in dem Konzept verlierst du auch eine Art Respekt und so, weil du nur diese eine Perspektive auf das Ganze siehst und dann fängst du natürlich auch an, so fuck that, ich lebe das auch so, Digga, für was anderes, so also Beziehung, nee man, das, wieso denn? Also es geht doch eigentlich nur um das eine und bla und und andersrum sind wir halt auch in diesem Gefüge, Digga, ich bin aus Hamburg weg, ich bin da im Ursprung, dieses Basketballer, du bist da ja auch so ein Exot, weil, wie albern das auch klingt, aber allein schon, weil ich aus Hamburg kam, war ich da unten im Süden ein Exot oder andere, weil wir waren ja aus ganz Deutschland zusammengewürfelt, weißt du? Kann man sich gar nicht vorstellen. und dann kommst du in so ein Dorf mäßig, natürlich bist du anders und dann bist du Basketballer, du bist, Digga, du bist swaggy, du bist cool, in dieser Dorfgemeinde gibt es nichts anderes als Basketball, das heißt, die kommen alle zu den Spielen, ist einfach cool, so. Wann und wo war der Zeitpunkt, wo du dann gemerkt hast, ey, warte mal ganz kurz, dieses Bild einer Beziehung, das ich hier habe, das ist komplett verdreht, weiß ich gar nicht, weil ich habe derbe Probleme gehabt, mich in der, ich nenne es mal 16 bis 19, ich glaube mit 19 war ich meine erste wirkliche Beziehung, mich so richtig auch Frauen zu öffnen, da war wirklich so, Frauen sind eigentlich, das macht man nicht, also ich habe mich total, so, ich bin total oberflächlich gewesen, habe mich total verschlossen, habe gesagt, Digga, am Ende des Tages, sind Frauen gerade, die kommen, damit wir unseren Spaß haben und dann ist das so, alles andere, so, ich wollte genau dieses Image auch maintain, so, am Kult, am Kuh, ich bin nicht weich oder sensibel oder ich share irgendwas, du kommst hierher, weil du mich cool findest, weil das schön ist, hat man eine gute Zeit und dann ist das so, aber auch da habe ich schon gemerkt, dass es einfach so eine sehr komische Damik für mich hat, ich weiß, für andere ist das ja auch immer unterschiedlich, ich kann auch nur für mich sprechen, aber ich habe gemerkt, dass es für mich, ich hatte es nur immer so unter Druck gesetzt, weil ich gedacht habe so, Digga, ich brauche noch mehr Frauen, ich brauche noch mehr, noch mehr, weil die anderen haben ja auch so, naja, ich habe schon sehr früh immer nach links und rechts geguckt, also immer schon eigentlich, weil ich mich ja immer irgendwo anpassen wollte und habe gesehen, so macht man das halt, also muss ich das auch machen und dann, wie gesagt, ich kann auch nicht jemand anderen vorwerfen, so, die werden auch sagen, ja, das ist ja immer noch deine Entscheidung, wie du dein Leben nimmst, weißt du, aber es sind halt einfach Eindrücke, die sehr viel Eindruck, also dich übernehmen, so ein bisschen. Ja, das ist, man kann natürlich immer sagen, ja, du bist deines Glückes Schmied, so, du hast selbst deine Entscheidung, dein Leben in der Hand, ne, aber es ist klar, dass du, du bist halt immer ein Produkt deiner Gesellschaft, so, und ich wünsche mir wirklich das, in Zukunft, dass man weg von diesem Gedanken kommt, das ist cool, man muss was so machen, sondern dass man einfach wirklich mehr akzeptiert und es ist schwierig, besonders in diesem jungen Alter, wo man noch so halb in der Pubertät ist und, und es so wichtig ist, was andere von einem denken und ich muss immer stark und cool sein, da ist das einfach extrem uncool, dein wahres Gesicht zu zeigen, aber es wäre schon geil, wenn, wenn, wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, wo es cool ist, einfach mal das zu sagen, was man denkt und sich nicht verstellen muss, sondern dass man einfach so akzeptiert wird, einfach akzeptiert wird, so wie man ist, ja. Wir sind natürlich dann auch in so einem Umfeld, was auch so, also Leistungssport an sich, weißt du, wo gesellschaftlich und überall auch dieses Bilden schätzt, ja, das sind richtige Männer und da Sensibilität oder Emotionalität, äh, äh, das sind eigentlich nur, also irgendwie, so einer Sportler war ich noch nicht, wenn überhaupt nur, vielleicht war ich noch ein Niederleihe oder so, also so richtig, dass diese, alles, alles, was dieses Emotionale, das ist weak, hier ist kein Platz für diese Scheiße, so, gibt's nicht. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ja, und das ist so dieses, was ja auch in dem Umfeld und wir sind da ja auch schon einfach so lange drin, also ich bin seit ich 13 bin in dem Ding und seit ich 16 bin in dem, wo das halt so richtig losgeht, dass du eigentlich nur noch auch mit Männern bist und die ganze Zeit nur so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab keinen Freund gehabt damals, der sozusagen eine Freundin hat, mit der er nur chillt. Es war sehr viel eigentlich immer nur, Frauen sind eigentlich nur dieser andere Part, der für dieses körperliche Zusammenkommen, aber alles andere, oder halt, du hattest ein paar Leute, die eine Beziehung hatten, aber auch nicht, also, wie gesagt, das ist nur meine Perspektive, aber bei dir war das ja dann, du bist ja dann auch direkt mit den Profis, ich war ja sozusagen noch mit meinesgleichen und ein bisschen älter noch, so, ich war noch nicht direkt bei Profis, das kam erst so mit 21, so, das ist in die Richtung gegangen. Ja, aber, da nimmt sich jetzt auch nicht viel so. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, dieser Peer-Pressure oder diese, ich möchte dazugehören, Akzeptanz, als junger Profi das Gefühl zu haben, von seinen Mitspielern akzeptiert zu werden und was man dafür alles tun muss. Sehr, sehr spannend, aber ich denke, dass sich das mit der Zeit auch legen wird, weil bei uns war das halt so, der Klassiker, dieses schlechten Rookie-Regeln, so. Ich bin auch mehr, ich habe auch da gar, ich habe da wirklich auch keinen Bock drauf, so, das ist so, Rookie-Regel heißt, wenn du ein junger Profi bist und nicht ein alter Profi bin, dann machst du das, was ich dir sage. Das heißt, wenn ich sage, trag meine Tasche, dann trägst du meine Tasche. Wenn ich sage, sammel die Bälle ein, sammelst du die Bälle ein. Und dieses Rookie-Jahr, das muss irgendwie jeder durchmachen, so, das ist so, schon so ein, so ein, so anerkanntes Ding, so. Und wenn du dich dagegen, dagegen stellst und denkst so, nee, weißt du was? Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich lasse mir nicht gefallen, so, ich bin mein eigener Herr, Dann wirst du einfach nur noch verknechtet und dann wirst du nicht von einem Spieler, sondern von allen verknechtet, weil die dann sagen, warte mal ganz kurz. Wir alle müssen da durch. Ich musste doch auch da durch und wer denkt, der wer ist, dass er das nicht erleben muss, ja. Und dann hast du gleich direkt dieses Gefühl, so, boah. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn du dieses, das durchmachst und merkst so, ey, ich habe da keinen Bock drauf und die sich dann probieren so zu brechen und dich wirklich dann so jeden Tag, so Tag ein, Tag aus klein zu kriegen oder dir so Drecksaufgaben aufgeben, ähm, das kann dich richtig abfacken, Alter. Das kann dich auch richtig, ohne Spaß, das kann eine Karriere kosten, weil du in einem jungen Alter denkst so, du gehst nach Hause und fühlst dich so, als ob du den ganzen Tag nur gebullied wurdest, so. So, ohne Spaß, so. Und ich habe das Problem nicht gehabt, so, aber, ein damaliger Mitspieler von mir, war auch mal ein guter Freund von mir, so, äh, Mo plus Cota, den kennst du ja, das war so ein Typ, der hat immer gesagt, Digga, nein, Mann, ich sammle die Bälle nicht ein, ich bin kein Knecht, so. Und der wurde dann die ganze Zeit immer hochgenommen oder immer, immer gepiesackt, den ganzen Tag. Und, ich respektiere ihn auch dafür, dass er so gesagt hat, ich stehe meinem Mann so, ich scheiß drauf und bei mir war das so, ah, okay, ihr wollt mich ficken? Alles klar. Was hast du gesagt, Bälle einsammeln? Kein Problem. Hingerannt, Ball gesammelt, alle Bälle gesammelt, hingerannt, so, alles gut, brauchst du noch irgendwas? So, einfach so komplett ins Lächerliche gezogen, so, dass der Typ sich so behindert vorkommt und so merkt, so, ey, warte mal, alles, was ich ihm sage, so, macht ja gar keinen Spaß, weil er macht ja alles, so, das bringt mir gar nichts. Oder beim Essen anstellen, wenn du im Team bist, wenn er auswärts fährt, dann hast du immer so Essenszeiten. Da hast du einfach kein Big Deal draus gemacht. Genau, und dann musst du dann so kurz vorm Essen alle warten, bis alle da sind, dann eröffnet der Trainer das Buffet und dann stehen alle auf. Und wenn du dich dann nach vorne in die Schlange stellst oder ganz normal anstellst, dann heißt es, ey, you're a rookie, get the fuck in the bag. Oder halt mein Teller. So richtig dumme Sachen einfach, mach's einfach direkt und mach's noch mit ein bisschen Witz, nicht übertrieben, so nur ein bisschen Witz, dass er sich ein bisschen dumm vorkommt und alle so denken so, ah, guck mal, das, was er da gerade macht, das bringt nichts, dann werden die ganz schnell damit aufhören, weil die dann einfach sagen so, ey, das ist gar kein Fun, Alter. So, weißt du, das ist so mein Tipp für alle Rookies da draußen. Also ich fühle dich genauso und ich war auch immer jemand, der das, ja, ich wollte eh keine Probleme, deshalb habe ich in den Saun abweggelbissen und so, aber ich war auch immer so, ich war irgendwann so nett immer, dass die dann immer so, lass mal sit, die war in Ruhe, der macht eh schon so viele gute Sachen ein, auf den muss man nicht noch mehr drauf machen. Mr. Nice Guy. Ja, sozusagen. Die Rolle habe ich ganz schnell immer eingenommen. Deshalb war das für mich auch nie, weil, wie gesagt, die Leute, die sich wirklich davor gesträubt haben, die haben am Ende eigentlich viel mehr kassiert, weil das dann einfach so unnötig, weil am Hard auf Hard waren das dann auch nicht so schlimme Sachen. Du musst halt manchmal einfach Sachen machen, die einfach nervig waren so, aber es war jetzt nichts Dramatisches. Nein, es war nichts Dramatisches, es ging mehr, es ging, es war ja mehr die Message, die dahinter steckte. Du bist klein, du hast dir nichts zu melden, mach, was ich dir sage. Und wie gesagt, Hard auf Hard, du wusstest, nächstes Jahr ist das vorbei, dann bin ich am langen am Hebel. Sid ist auch so ein Typ, der denkt sich dann wirklich, ja, nächstes Jahr, dann kann ich das nicht machen. Gar nicht. Also, ich war immer richtig nett, Digger. Ich habe sowas nie gemacht. Das ist auch richtig so. Weil ich Hard auf Hard auch immer Leute hatte, die gesagt haben, komm, es gehört halt so ein bisschen dazu, aber alles Gutes dazu. Und jetzt stell dir vor, alle sind so wie du. Wenn alle so werden wie du, dann gibt es nicht mehr diesen Jungen, der sagt, ich wurde auch gepiesackt, jetzt teile ich aus. Nein, Bro, du wurdest gut behandelt, also behandelst du den Nächsten auch wieder gut. Safe. Aber jetzt würden wahrscheinlich diese ältere Generationen sagen, ja, aber we need that, we need tough guys, bla, bla, bla. Ja, genau, Digger, ich werde tough, weil ich Bälle eingesammelt habe. Halt's Maul, Alter. Aber ich muss trotzdem sagen, es gibt auch Spieler, die meinen, so, und das wird jetzt immer mehr, so diese jungen Spieler, die meinen, sie wären, Digger, Prinz Eisenherz oder was auch immer und können sich da auch alles erlauben, weil Hard of Hard, es gibt nun mal trotzdem irgendwann eine Rangordnung, weil ich bin einfach auch schon mit Spielern zu haben, wo ich dann auch manchmal mal so Digger, wir sind echt nett zu dir, aber reiß dich mal zusammen hier, weißt du? So, ganz ehrlich. Wenn du merkst, dass ein Spieler probiert, ein junger Spieler, dir auf der Nase rumzutanzen, dann kannst du ihn natürlich zurechtweisen. das gehört ja dazu. Aber dieses einfach nur so ein junger Spieler. Gerade das auch klingt, aber alle müssen auch irgendwo grob wissen, so, wo dein Platz ist. Und ich rede jetzt nicht davon, Eier zu haben, wenn du spielst oder sowas. Es geht davon einfach so, Digger, ich sag schon, du sollst nicht alle Matten wetträumen, aber dann räum gefälligst deine Matte weg, so weißt du? Ja, das sind aber normale Sachen, also das sind Voraussetzungen. Ja, wieder einmal auch ein sehr spannendes Thema. Auch wieder immer nur so angeschnitten. Ja, wir sind aber schon wieder fast bei einer Stunde, Alter. Ich glaube, die ganzen Spritzis da draußen, die haben jetzt erstmal genug. Wir sind ja bald wieder für euch da. Ich hoffe, euch hat der Spritz gefallen. Wir sind gespannt. Ja, und immer schön liken, teilen, abonnieren, downloaden. Wir wollen ja gemeinsam durchstarten. Ihr macht echt einen super Job. Bleibt bitte weiter am Ball. supportet unseren Scheiß, weil wir jede Menge Knowledge haben, die wir da rausspitten wollen und gerne auch ein paar Themenvorschläge uns zukommen lassen. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal so einen E-Mail-Account eingerichtet. Ich glaube, das ist feedback at anderespritz.de, das seht ihr da im Kanal direkt auf Instagram. Gerne ein paar Themenvorschläge oder wenn ihr ein paar andere Ideen habt, wie man einladen könnte, immer her damit. ganz genau. Wir wünschen euch eine angenehme Restwoche. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018